In einem ungewöhnlichen Jahr verleihen wir den hessischen Friedenspreis der Albert-Oswald-Stiftung 2020, der seit nunmehr 25 Jahren vergeben wird – erstmals in digitaler Form mittels dieser Botschaft, die ich an Sie, verehrter Herr Ministerpräsident Saev und verehrter Herr Tsipras, als unsere beiden diesjährigen Preisträger richten darf. Wie gerne hätten wir Sie hier bei uns in Wiesbaden begrüßt, aber die Corona-Pandemie macht das unmöglich. Es gibt in diesen Zeiten keine Normalität und doch ist es gut, dass wir an dieser Preisverleihung festhalten. Denn wir ehren heute zwei Menschen, die sich für Frieden und Völkerverständigung eingesetzt haben und denen es gelang, einen Konflikt, der tief in die Geschichte zurückreicht, zu lösen. Sie beide haben als damaliger griechischer Regierungschef und als mazedonischer Ministerpräsident in dem jahrzehntelangen Konflikt ihrer Länder Griechenland und Mazedonien um den Namen Mazedonien eine Einigung erzielt. Sie haben damit ein wahrhaft diplomatisches Kunststück geschafft, das davor niemandem gelungen ist. Ohne sie würde der seit der Unabhängigkeit Mazedonien 1991 geführte Namensstreit weiter schwelen und die Fäde der beiden Nachbarländer hätte die gesamte Balkanregion weiterhin destabilisiert. Der knapp 30-jährige Namensstreit zwischen der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und Griechenland konnte infolge ihrer Verhandlungen am 12. Februar 2019 mit einem Abkommen friedlich beigelegt werden. Ein Kompromiss war gefunden, der die Interessen des Nachbarn mitdenkt. Künftig lautet der Name des 1991 neu entstandenen Staates Republik Nordmazedonien. Tatsächlich ging es in diesem Zusammenhang nicht allein um Worte und Namen. Der Konflikt zwischen Skopje und Athen ging tiefer. Es ging um Identität. Der Konflikt um den Namen Mazedonien begann nach dem Zerfall Jugoslawiens mit der Unabhängigkeitserklärung Mazedonien 1991, in der die bis dato jugoslawische Teilrepublik Mazedonien sich den Namen Republik Mazedonien gab. Griechenland erhob sofort Einspruch aufgrund derselben Bezeichnung der Region Makedonien in Griechenland. Die Begründung lautete, der Name Mazedoniens sei griechischen Ursprungs und bezeichne ein historisches Gebiet mit eigener Kultur und eigener Geschichte. Das Staatsgebiet der Republik Mazedonien dagegen liege zum größten Teil nicht auf dem historischen Gebiet. Mazedonien und der Name sei eine kulturelle sowie historische Usurpation zur Erzeugung eines Nationalgefühls. Darüber hinaus könne eine Bezeichnung des Nachbarstaates als Mazedonien als Gebietsanspruch der Republik Mazedonien auf griechisches Territorium gewertet werden. Zusätzlich zum Namensstreit entstand ein Konflikt um das Aussehen der Flagge. Aufgrund des Konfliktes legte Griechenland lange Zeit sein Veto gegen einen Beitritt Mazedoniens zur Europäischen Union und zur NATO ein. Die Republik Mazedonien entgegnete der griechischen Argumentation, dass das Staatsgebiet in der historischen Region der Mazedonier liege und dass das Nationalgefühl unabhängig vom Namen bestehe. Der Name Mazedonien ziehe darüber hinaus keinen automatischen Gebietsanspruch nach sich. Der Konflikt zwischen den beiden Staaten eskalierte dann 1994 zu einer Handelsblockade Mazedoniens durch Griechenland. Diese wurde 1995 aufgehoben, als beide Staaten unter Vermittlung der Vereinten Nationen ein Abkommen schlossen, in dem unter anderem eine Änderung der Flagge Mazedoniens beschlossen wurde. Doch die Auseinandersitzungen gingen weiter. Denn 2004 stellte Mazedonien einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Griechenland legte sein Veto ein. Beide Staaten vereinbarten jedoch eine Normalisierung ihrer vor allem wirtschaftlichen Beziehungen. Ein erster Schritt. Und doch ruten die Verhandlungen über die grundsätzliche Lösung des Konfliktes weitere 14 Jahre. Erst im Jahr 2018 kamen beide Staaten wieder zu Gesprächen zusammen. Schließlich konnte am 12. Juni desselben Jahres eine Kompromisslösung ausgehandelt werden. Mazedonien kündigte an, seinen Namen in Republik Nordmazedonien zu ändern und zukünftig keinen Anspruch auf das kulturelle Erbe des antiken Mazedoniens zu erheben. Griechenland sicherte im Gegenzug seine Unterstützung beim Beitritt in die Europäische Union und NATO zu und darüber hinaus die Anerkennung der Nationalität und Sprache der Nordmazedonier als mazedonisch. Damit das Abkommen in Kraft treten konnte, musste es noch von beiden Parlamenten gebilligt werden. In beiden Staaten gab es daraufhin Proteste. In Griechenland sogar eine massive Gegenkampagne. Nach einem gescheiterten Referendum aufgrund einer geringen Wahlbeteiligung im September 2018 und einer Verfassungsänderung stimmte das mazedonische Parlament im Januar 2019 für die Änderung des Staatsnamens sowie die territoriale Integrität der Nachbarländer. Im Zuge der parlamentarischen Verhandlungen in Griechenland zerbrach das Regierungsbündnis, sodass Ministerpräsident Tsipras von Anfang bis Mitte 2019 eine Minderheitsregierung führte. Trotz zahlreicher Proteste in Athen gegen das sogenannte Prespa-Abkommen ratifizierte das griechische Parlament am 25. Januar 2019 knapp mit 153 zu 146 Stimmen die Vereinbarung. Damit endete die über 27 Jahre dauernde Auseinandersetzung, die die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Regionen hemmte und deren Auswirkungen die Verhandlungen über die Aufnahme Nordmazedoniens in die europäischen Strukturen und die NATO massiv behindert haben. Den Unterschied zu früher und heute machen zwei mutige Politiker aus. Sie beide, verehrter Herr Tsipras und verehrter Herr Tsaihev. Dafür ehren wir sie gemeinsam mit dem Hessischen Friedenspreis 2020. Wir ehren ihren Mut, schmerzhafte Kompromisse einzugehen und für das Prespa-Abkommen zu kämpfen. Trotz heftigen Widerstands dagegen in beiden Ländern. Es gibt nicht viele Regierungschefs wie Sie, Herr Tsipras, die Kurs halten würden, obwohl sie dadurch ihre Regierungskoalition aufs Spiel setzten. Sie beide haben allen Widrigkeiten getrotzt. Das, was hunderten Diplomaten über Jahrzehnte nicht gelang, haben Sie beide mit ihrem Optimismus und Durchhaltevermögen geschafft. Auf den Punkt gebracht hat es Premierminister Tsaihev, der während der Verhandlungen sinngemäß sagte, wenn es einfach wäre, dann bräuchte man uns beide für die Umsetzung nicht. Sie beide waren die Garanten für den Erfolg. Mit Ihnen beiden begann erstmals eine Zeit gut nachbarschaftlicher Beziehungen zwischen Griechenland und Mazedonien. Dank Ihnen beiden wurde der Weg für Nordmazedonien als Alliierter in der NATO und Partner in der Europäischen Union geebnet. Und dieser Erfolg wirkt weit über die Region hinaus. Es geht von Ihrem Friedensschluss ein Signal an die Welt hinaus. Es gibt nicht nur das Recht des Stärkeren. Es gibt auch in der heutigen Welt noch den Weg des Respektes und des Kompromisses, den Weg des Friedens und der Stabilität. Und damit haben Sie nichts Geringeres getan, als den europäischen Weg auf eine großartige Weise fortzuschreiben, ohne dass nationale Identitäten aufgegeben werden müssen. Das Kuratorium Hessischer Friedenspreis der Albert-Oswald-Stiftung schreibt in seiner Würdigung, ich zitiere, sie sind vom Muster abgewichen, auf Maximalpositionen zu pochen und eine Übereinkunft als Niederlage und ein Landesverrat auszuschließen. Dabei setzten sie ihre politischen Karrieren aufs Spiel und mussten zahlreiche Kompromisse sowie Zugeständnisse innerhalb ihrer Parlamente aushandeln. Mit dem Abkommen geht die Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen Nordmazedonien und Griechenland einher. Die Streitbeilegung ist ein Beispiel der Aussöhnung der Region und Europas insgesamt. Zitat Ende. Ich darf Sie, Herr Tsipras, mit dem bemerkenswerten Satz zitieren. Geschichte darf nicht von denen geschrieben werden, die in Furcht und Spaltung investieren. Sie sollte von jenen geschrieben werden, die den Mut und die strategische Weitsicht haben, den Umständen gerecht zu werden und sich allen Reaktionen zum Trotz auf die richtige Seite der Geschichte stellen. Das haben Sie beide vorbildlich getan. Ich danke Ihnen im Namen des Hessischen Landtages und des Kuratoriums Hessischer Friedenspreis der Albert-Oswald-Stiftung für ihren Einsatz für Frieden und Völkerverständigung. Herzlichen Glückwunsch zum Hessischen Friedenspreis.